Wir machen da Sonnenblumenkerne und Federn rein. Deswegen, man sagt Federkerkissen dazu. Was redest du hier? Ich wollte doch nur wissen, warum du dein Handy gekopft hast, mehr nicht. Fünfmal. Warum übertreibst du deine Rolle immer so? Was für eine Rolle? Mach ich Rückwärtsrolle? Mach ich Vorderwärtsrolle? Als ich Prinz eine Rolle, hab ich eine Hauptrolle in Erfüllung? Mach ich mir diese Lampferrolle? Du übertreibst einfach deine Rolle. Lack du eine Rolle oder was? Du quatschst einfach Scheiße. Was für eine Scheiße, Mann? Jedes Mal. Was denn? Du hast mit Pokemons gechillt. Warst du nicht da gewesen? Als du mit Pokemons gechillt hast. Wir waren noch an diesem Damm, wo die Kühe sind. Mo. Was? Wir waren noch an diesem Damm, wo die Kühe sind. Mo. Was? Damm, Kühe, Mo. Was lacht ihr denn, Mann? Meinst du Kuhdamm? Ja, Mann. Kuhdamm, Alter. Als wir im Zoo waren. Ab und Zoo. Im Zoo. Lack ab und Zoo. Als wir im Zoo waren. Wir waren doch zusammen da drin. Wir haben Händchen gehalten. Wo haben wir Händchen gehalten? Widersprich mir nicht, okay? Der Prallah, sie geht weiter. Wir sind da reingegangen, da war doch dieser kleine gelge Pokemon. Der Strom machte Arbeit bei Wattenfall. Pikachu? Gesundheit. Der heißt doch diese eine kleine gelbe Pokemon. Der macht Strom und arbeitet bei Wattenfall. Pikachu? Gesundheit, Mann. Wie heißt er doch mal? Wer heißt du? Der heißt Pikachu und der arbeitet nicht bei Wattenfall. Was soll das? Einsteigen, bitte. Was machst du da? Zurückbleiben, bitte. Was soll das? Ich habe mich doch letztens geschlagen. Wie ein Affen. Von Planet der Affen. Dieser Caesar-Zelle. Ich habe mich doch mit ihm geschlagen. Wann hast du dich mit ihm geschlagen? Letzte Woche, ich habe mich mit ihm geschlagen. Der Prallah, ist egal, red weiter. Ja. Und seitdem, ich habe hier eine Schiene drin. Ja. Alle 10 Minuten fährt hier eine U-Bahn entlang. Alle 10 Minuten fährt eine U-Bahn an deinem Bein vorbei. Ja, ja, ja. Du fährst aufgrund von Bauarbeiten, ist der Zugverkehr auf der U-Bahn-Linie. Ist das dein Ernst gerade? Geh mal weg, bitte. Nein, ich geh nicht. Geh mal jetzt. Guck mal, jedes Mal macht mich sauer. Guck mal, ganz ehrlich, du löscht meine Nummer, du blockier mich bei Facebook, du blockier mich bei WhatsApp und du folgst mir richtig gut. Was? Folg mir. Okay. Was macht er da? Was ist los mit denen? Was? Ich will ihm zeigen, den Fehler kennen. Was? Hm? Warum guckst du so? Was ist los mit denen? Wie? Was? We? Kratzluo? Was? Le姿 Pfarrington? Was?